Hallo Tobi und herzlich willkommen liebe Zuschauer. Willkommen zurück bei Creativerse. Leck, 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 leck. Schön, ja. Tschüss Tobi. Komm wir gehen. Tschüss. Da drüben ist wieder eine fette Krabbe. Hey. Entschuldige, es muss mal gesagt werden Tobi. Du bemühst dich mal das zu verstecken. Oh, Tobi Schneebiom. Oh geil. Oh, wir müssen auch passen, dass wir nicht frieren, ne? Eicheln? Ne, doch. Die nehme ich mit. Kann man bestimmt Samen draus machen. Vielleicht kann ich Eichhörnchen füttern. Eichhörnchen. Eichhörnchen? Eichhörnchen. Aber das mit den verschiedenen Biomen ist schon cool, dass du ja auch so verschiedene Sachen findest. Ich finde das irgendwie cool. Mag ich auch gerne. Ich weiß natürlich nicht genau, was man damit macht, aber... Weiß ich, sind das nicht Tannenzapfen? Ja, natürlich sind das Tannenzapfen. Oh, ne Höhle. Was denn? Cool. Meinst du, das ist ne gute Idee? Nö. Gut, machen wir das mal. Nix. Gar nix? Nix. Wie viel? Nichts ist nicht viel. Aber hier, das sieht schon anders aus, Erich. Oh Gott. Ähm. Cisco ist auch very deep, äh, downside hier. Ja. Oh, das geht sehr weit nach unten. Bist, bist du schon unten? Ne, ich bin über dir. Ach, da haben wir es ja wieder. Es tut mir leid, Erich, aber es muss Schicksal sein. Diese Machtfantasien vom Tobi immer. So, du hast L die ganze Zeit an, ne? Ich mach die ganze Zeit mit Fackeln, damit ich das irgendwie ausleuchten kann. Was ist das von mir? Was ist das von mir? Alles so cool. Okay. Ey, wo bist du? Ich bin jetzt in einem langen Gang reingelaufen. Immer den Fackeln nach. Opa, langen Gang style. Achso, ja, du machst das schon. Okay, cool. Ähm. Magnetit mitnehmen. Hier gibt es wieder Kohle. Macht es Sinn, so einen Kohleflirts vielleicht vorher loszulegen, dass man dann sagt, okay, hier sind... Okay, es sind zwei Kohle. Ich glaub tatsächlich ja, oder? Ich weiß es nicht. Ja, irgendwie ja. Dann dauert es nicht ganz so lange. So, da sind nochmal drei Kohle. Hier ist aber nix mehr hier unten. Hier ist noch... Hier ist noch Magnetit. Ne, das ist Stein. Hier ist nix mehr. So. Ähm. Und die Fossilien auch mitnehmen, ne? Ja, also zumindest, wie ich das verstanden habe, kriegt man da Tear raus später. Okay, das klingt fair. Mit orgenner Maschine. Äh, hier ist nix mehr, sagst du? Ne, ich hab da eben keine Rohstoffe mehr gesehen gehabt. Aber, aber, aber hier geht's noch weiter runter. Hä? Echt? Wo? Oh, äh, u, uf. Hä? Der alte Senidermann. Hä? Es ging weiter runter, Tobi. Hm, 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 hm. Es ging weiter runter. Ja, natürlich. Ist gut. Oh, hier, ob sie den, ja... Hä, was ist das denn schon wieder? Der antike Asiatobi? Wie, warum verlinkt mich die Panema auf irgendwelche asiatischen Leute, die aussehen wie Tobi, hä? Weil viel ist aus wie Tobi. Und ich weiß genau, wer der antike Asiatobi ist, weil sie hat mir jetzt den auch schon gezeigt. Was? Der mit der Katze an der Leine? Und das Schlimme ist, der sieht wirklich so aus wie du. Ja, das Problem ist, ich bin, ich sehe so aus wie ein Asiater, weil ich fett bin. Warte, warte, wow, wow, oh, Twitter brennt, Tobi. Twitter brennt. Wie, wieso siehst du aus wie ein Asiater? Hä? Wo ist denn der Zusammenhang? Asiaten sind doch meistens sehr von schlanker Gestalt. Ja, ich rede ja auch nicht von den Asiaten, ich rede von mir. Ich bin so fett, dass es meine Augen so leicht zusammendrückt. Nein, nein, du hast einfach, du hast einfach so dieses leicht, äh, diese leicht mandelförmigen Augen. Die hast du einfach, die sind dir gegeben, Tobi. Du hast bestimmt irgendwas Asiatisches in deinem Gen. Das weiß ich nicht, das kann sein, ja. Sag mal, Tobi, was ist denn hier? Da geht's weiter runter, Erik. Boah, das ist ja gut, ne? Kann ich da ohne Fackeln? Hier ist nichts mehr. Ich muss ja mit dem Licht die ganze Zeit lang. Was ist das hier? Ich versuche die ganze Zeit Fackeln zu machen. Magnetit, nehmen brauchen wir, ne? Soll ich mitnehmen? Nein, das nehme ich mit. Äh, ja, ja, ja. Aber macht's nicht mehr Sinn, wenn ich das mitnehme, weil ich dann die Stacks habe bei mir? Ach, du hast das sowieso schon? Warte mal, dann schmeiß ich das hier hin? Kellogg's Stacks, Tobi. Ich hab die Kellogg's Stacks. Oh, Kellogg's, ich hab jetzt echt Bock auf Kellogg's. Geil. So. Ich schmeiße das mal hinter dich, ne? Dankeschön. Wo bist denn das? Hast du schon geschmissen? Nee, ne? Da liegt der Schenk. Ach, da. Ja, sieht gut aus. Dankeschön. Ist noch mehr, ne? Hier so. Oh, hier ist ja noch mehr. Junge, 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 Junge. Okay, ähm, ich hab jetzt schon fast keine mehr von diesen komischen Dingern. Hier soll ich jetzt nen Kran aufbauen, oder was? Achso. Die restlichen behalte ich mal lieber für Eisen, wa? Nicht für diesen Scheiß, den wir hier sammeln. Ja, ja. Ich hab jetzt noch 14 von den Advanced, da würd ich lieber Eisen sammeln, wenn ich ehrlich bin. Ich hab auch noch 5, also zur Not. Okay, super. Hier ist noch, äh, die Titte. Hallo, hallo. Hier ist noch nicht mehr von der Kleinstadt mit, äh, befeuern. Was ist das? Das sind sehr viele hier, offenbar. Ach, Stein. So. Ein Träumchen, Töbi. Ein Träumchen. Ah, die Koten sind natürlich nicht scheiße. So. Ich mag, dass die Kohle so rumleuchtet. Sieht hübsch aus, ja. Ja. Wir sollten auf jeden Fall die Höhle bei uns, äh, am Haus, sollten wir noch weiter erkunden. Ja, ja. Da geht's ja noch mega weiter. Da hab ich nur gegraben, alles gut. Okay, okay. Warte. Was ist das hier? Testbohrung. Sehr gut, sehr gut. Verstecken. Tobi, wussten du? Hm? Ah, warte. Da oben, noch ein bisschen hier, ein paar Fossilien. So, träumchen. Schön Teer draus, Tobi. Ich freu mich nur, wir brauchen wahrscheinlich irgendeine Maschine dafür, ne? Die werden wir bauen, spätestens weil wir die Wälder gerodet haben. Ah, gut. Ich wünsche, dass wir dir gehen, dass man so einen Bagger baut und dann fährst einfach so rum und baust diese fetten Bäume einfach ab. So wie bei Echo? Ja, Mann. Das war großartig. Das mit den Fahrzeugen in Echo war echt geil, ja, das stimmt. Das war schon nice, gell. Ja, Echo war super. Aber schade, dass die insolvent gegangen sind und das Spiel vom Markt nehmen mussten. Schade, ja, ist traurig. Doof. Naja. Ja, so ist das halt, wenn man sich nicht um die Community kümmert und Spiele einfach raushaut und keine Updates mehr bringt und so, ne? Ja, also die haben ja gar nichts mehr gemacht am Spiel, ne? Nichts. Das ist, also fast schon unverschämt. Ich glaube, die waren einfach enttäuscht, dass die jahrelang dann das Spiel entwickelt haben und dann kamen wir zwei und haben das Ding einfach so easy durchgespielt mit dem Meteoritenabwehren und so. War ja auch, also war wirklich easy eigentlich, ne? Wir haben das gut hingekriegt. Ja, das war also ein Witz. Wie man ein Spiel ohne Schwierigkeitsgrad raushauen kann, frage ich mich bis heute. Naja, aber es hat trotzdem Spaß gemacht damals, als es noch lief, äh, hier mit Dingens, mit dem, wie war das nochmal, Kinderwohnheim da oder Ferienspaß. Ja, die Kinderschmiede. Ja, genau, genau, genau. Das, das war schön. Da haben die Leute, da haben die Zuschauer was gelernt, weißt du, was ich meine? Ja, wie Arbeit richtig funktioniert. Genau. Da ging's nicht so sehr um Umweltschutz oder sonst irgendwas, was, was die einem aufzwängen wollten. Nein, wir haben den Leuten einfach gezeigt, auch, auch kleine Menschen sind arbeitsfähig. Wenn man ist spielerisch verpackt, am Förderband zu stehen. Und am Schmelzofen. Dann lernt man was fürs Leben, einfach. Ja, das war, das war schon cool. Mit deinem Grundstück, mit deinem Haus und dann bin ich rübergekommen zum Besuch und du hast mich besucht drüben. Wir haben zusammen lecker Füchse gegessen. Ach, das war lecker. Ja, war schon toll. Hätte ich mal wieder Bock drauf. Auf jeden Fall. Warte mal hier, ich hab noch, äh... Ähm... Ja... Hier. Ich hätte noch zwölf Knochen, wenn du brauchst. Ah, super. Ich hab vier. Also sammelst du die Knochen? Ich hab vier, ja. Ja, 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 ja. Soll ich dir die mal geben? Habt ihr hier? Ja, danke schön. Tschüss. Hä? Hä? Was? Was? Prima. Okay, jetzt mit dem Abbauen. Wir sollten halt echt lieber Eisen sammeln oder so, das ist jetzt... Dauert doch nur noch 44 Sekunden, Erik. Mh... Unrealistisch, wo ist das Euro Truck Lenkrad? Also die Leute sind aber auch manchmal unverschämt, ne? Hä? Na, was denn? Das ist mal Asiatobi-Wild. Ach so. Ah, das ist so, das ist so ordentlich. Schön. Absolute Frechheit. No. Ich find ja, du siehst ein bisschen aus wie Ice-T. Oder war das Ice-Cube? Ich verwechsel die beiden immer. Ist das nicht das Gleiche? Nein, nein, nein. Der war Friday mitgespielt hat. Und Friday after next. Ich guck keinen Film. Und Friday after next. Ich verwechsel die beiden immer. Aber du siehst genauso aus. Wenn man den sieht, dann denkt man sich, hä? Ist das Tobi? Immer. Warte mal. So. Ice-T. Okay. Ich glaube es war Ice-Cube. Pfanner. Hä? Ich glaube... Was? Was? Pfanner hab ich grad gesagt. Ne, warte. Ach so. Pfanner. Ja, Ice-Cube könnte hinkommen. Das hast du glaub ich schon mal gesagt. Ja. Äh. Hier ist übrigens noch mehr. Was? Was? Ich hab jetzt auch die Lampe. Ja, mit den Fackeln, der ist ja blöd. Wenn's doch schon gibt. Ach das ist... Hier ist ein Ausgang weiterer. Oh. Ach so. Ja, gut. Ja, hier geht's auch wieder raus. Cool. Ja. Gut. Richtung Westen sagste, ne? Was machst du? Ich weiß ja nicht. Können wir machen, ja. So, warte. Das Ränzlein geschnürt. Bittesch unterwegs. Ich bin hinter dich. Ich... Ich frag mich immer noch, was so komisch ist. Ja, ja, ich hab den gesehen. Die sind riesigen. Erich, du musst aufpassen. Ja, schuldige. Ich war neugierig, was das... diese Leuchten auf dem Kompass eigentlich bedeutet. Wollte ich immer noch gern wissen. Ich weiß es nicht, ob hier irgendwo vielleicht ein Mob ist, der so einen komischen Stein dabei hat. Ich hab keine Ahnung. Aber das kann natürlich sein. Die Schwäse... Aber schön ist es hier mit dem Schnee. Was sind das hier? Sind die böse? Die sind so... Die sehen böse aus. Ja, die sind glaub ich böse, ja. Oh, das sind Ei... Das sind Eis-Mirus. Ah ja, super. Oh, er kann sich nicht entscheiden. Oh... Arctic-Miru-Ei. Sind gar keine normalen Miro-Augen, sondern Arctic-Augen. Da hinten sind noch zwei. Wo denn? Ja, zwei auf einmal ist glaub ich zu gefährlich, oder? Die machen gut Damage. Ja, lass mal lieber kommen. Wir haben keine Rüstung mehr richtig. Ja. Zwei gegen eine ist doch mehr unser Ding. Das ist auch fair einfach. Natürlich. Wir sind zwei friedliebende Pazifisten. Au! Oh, hier ist wieder einer. Guck mal. Das ist schon ausgedacht. Hey! 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 Oh nein! Komm raus aus der Hölle! Au! Nice! Super nice! Noch ein schönes Miro-Auge und Molasses hab ich noch gefunden. Moe, lass es! Was ist denn das hier für eine Höhle? So. So. Wir müssten mal bei unserer Höhle durch Lava unten. Das müssten wir als nächstes irgendwie machen. Was denn? Die beiden da? Da sind grad vier Stück auf einmal gespawnt, Eric. Ja, das ist nicht gut, oder? Das ist nicht so geil. Wir könnten über die Bäume oben versuchen zu gehen, aber das wird eher schwierig. Das glaube ich auch. Da müssen wir erstmal hochkommen. Kein Problem! Okay. Boah. Hä? Ich kann gar nicht so weit nach oben. Bei mir schmiert der immer wieder ab. Du musst mit Boostern machen. Mit Ausdauer. Oh, okay, okay, okay. Bist du jetzt oben auf den Bäumen? Ja. Und ist besser? Ja, hier oben ist die Luft ganz okay. Bist du noch da? Ja. Warte. Oh, du bist schon ganz da oben. What the fuck? Ja, du wolltest ja gesagt mit Boostern machen. Mit Ausdauer. So. So. Was los, Tobi? Tobi? Ach, da seh ich dich doch. Da ist eine goldene Kiste auf dem Baum, aber die lass ich mal. Was ist das für hinten denn für ein Poloch? Hm? Oh Gott. Bist du da reingeflogen? Nee, ich bin da nicht bekloppt. Ach, da bist du ja. Hm? Oh, wir haben ein neues Aerial discovered. Hilfe, ich kann nicht mehr, ich hab keine Kontrolle mehr. Oh. Über mein Leben. Äh, was ist das, Tobi? Erik, ich weiß es nicht. Also gleich kriegen wir erstmal Besuch, natürlich. Von oben auch, Vorsicht. Oh, oh. Vorsicht, der ist hier aggro. Ja, ja, ich seh schon. Ach, die kommen alle hier oben rüber, alles klar. Hinter dir. Hinter dir. Nice. Muss dringend mal ganz kurz was verknusen. So. Okay, das ist sowas, was Funk irgendwie gebaut hat. Kann das sein mit so einer riesigen Schneise? So, warte, ich wollt kurz den von oben locken. Damit der uns nicht in den Rücken fällt. Oh, wir haben 5 Grad, ne? Das wird langsam kritisch hier, glaub ich. Ach, 5 Grad, das ist ja wie Sommer. Gut. So. Oh, Vorsicht. Vorsicht. Ah. Der macht aber auch ein Damage. Aber nur, wenn er sich vorher einrollt, dann muss er mal zurückgehen. Nee. Okay. Okay, das ist cool, aber ehrlich gesagt nicht so beeindruckend, wie ich dachte. Also ist schon sehr geil. Ja, sieht aber schon cool aus, auf jeden Fall. So. Was ist das da oben? Warte, ich sag mal schnell Magnetit wieder auf. Ach, das ist so ein Froschvieh, was du damals getamed hast. Ach, so ein gutes Froschvieh. Aber als Eis diesmal. Ist uns das doch auch, oder? So blau. Der hat aber irgendwie so Eiskristalle noch an seinem Körper. Hm, du hast aber sehr genau geguckt. Ja, da auf sowas achte ich, Erik. Ähm, was ist das da vorne? Hä? Ist das ein Huhn? Ich weiß es nicht. Ist das aus wie ein Höllenhuhn? Das ist... Ähm. Ja, es ist sowas von ein Höllenhuhn. Nightshizzard. Oh, Tatsache. Oh, ja. Tatsache. Nice. Kakao. Huch. Au. Ich krieg Kälteschaden. Ist nicht gut, oder? Wir sollten schnell wieder zurück, glaube ich, ne? Ja. Nein. Oh. Oh. Oh, oh. Teletubby, winke, winke. Hast du Tränke? Äh, ja, ja. Okay. Oh. 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 Oh, erstmal ein paar Weeds mitnehmen hier. Der Weed. So. Aui. Uh. Oh. Oh, diese Legspikes immer, ne? Irgendwann fahre ich in meine Höhle runter, deswegen bin ich ja schon so oft gestorben, mit Legspikes. Ja, ich weiß, ich weiß. Mhm. Du selber spielst ja ESL-Creativeverse, ne? Jaja, ich hab ja Pro-Version. Hat ja einen Grund. Deswegen ja. Deswegen spiel man sich ja frei, indem man gut ist. Das wissen die meisten nicht. Ähm. Ich guck mal kurz auf der Karte. Das Schneebiom... Wir könnten das Schneebiom, glaube ich, durchqueren. Wir müssen halt durch, ohne zu gucken, ne? Hm? Wir müssen halt durchgehen, ohne zu gucken. Äh, ja, genau. Wir müssen einfach durchfliegen, wie wir gerade zurückgeflogen sind, eigentlich, ganz schnell. Das würde ich mal eher tagsüber machen, vielleicht, oder? Wird doch jetzt Tag. Jo. Dann müssen wir noch kurz warten, bis die Kreaturen der Nacht... ...wieder eingepfercht sind, und dann durchqueren wir das Schneebiom. Ehrlich gesagt... Ist alles nicht so gesund, was wir machen, glaube ich. Hä? Und irgendwann müssen wir nach Hause. So, Tobi spielt Staubsauger. Und wir können auch schon nach Hause gehen, ne? So wie du... Wie du das... Ne... Also ich will... Ich will noch irgendwas Aufregendes erleben. Komm her, da schubst ich dich mal runter hier. Ah! Ah! Tobi, warum?! Entschuldigung, aber du wolltest noch was Aufregendes erleben. Der ist immer so brutal. Fliegt er jetzt durch. Tschau! Tschau! Hm, hm! Hm? Nichts. Blumen. Wir sind wieder bei der Höhle, ne? Sind wir da schon? Ja. Aber wir müssen auch durch... Ich glaube wir müssen durch die Höhle, weil wir kommen hier über die Bäume nicht weiter, oder? Doch. Bist du noch hinter mir? Okay, das war nicht die Höhle. Ne, ne, ich bin glaube ich... Ich bin glaube ich... Uah. Ah, festgehangen ein bisschen. So, warte. Hier ist die Höhle. Bin jetzt durch die Höhle durch. Okay, ich weiß nicht wo ich gerade bin. Ach, da drüben bist du. Vorsicht, in der Höhle sind immer noch Viecher, diese Miroslavs. Ja, ich versuche hier gerade aber nur durchzufliegen, da kommt nämlich nochmal so ein Riesending irgendwie. Ach du Scheiße, ähm. Was ist das denn? Wenn man durch die Höhle fliegt, kommt man zu so einer Abzweigung, wo noch weitere mehrere Höhlen sind. Ähm. Du? Ja. Was ist das hier? Ich weiß nicht wo du bist. Ja, du bist gerade in der Nähe von mir. Da unten bist du. Ja genau das. Genau das meine ich, wo du grad bist. Ja, da sind so ganz viele, ganz viele Schneehöhlen irgendwie, ne? Ach du Scheiße. Ich würde auch gerne gucken, aber... Wir haben keine Zeit dafür. Es pressiert. Richtig. Das Kältometer geht gerade schon voll die ganze Zeit. Oh, jetzt hochhüpfen hier ist ja nervig. Oh, hier kommt wieder grün. Ja, haben wir doch richtig gesehen. It's my life. Das sind so kleine Ramböcke, die sind ja süß. Ich hole nochmal schnell ein bisschen Eis. Für zu Hause. Es sieht schon cool aus, die Biome hier. So. Ist schon hübsch. Eis, Eis, Baby. Was sind die Highlands gerade? Die sind ja süß. Die will man ja auch tamen. Okay, da hinten im Berg ist ne fette Höhle. Da flieg ich jetzt hin. Ich bin jetzt, ich bin jetzt, ich flieg jetzt zum grünen Biom. Bin jetzt, ah, ich flieg an dir vorbei, Tobi. Guck mal nach oben. Hallo. Du gehst wieder an mir vorbei. Achso, ja, Entschuldigung. So, wie es immer aussieht. So. Landern. Alter, was für ne Höhle. Wow. Ehrlich, ich hab Angst, ich will nicht weiter gehen. Ja, das schnell flüchten. Ich geh raus. Scheiße. Warte, ich hole mal die roten Pilze da drüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü auf die leiste legen gerade rote pizze hätte ich mehr sammeln sollen glaube ich 24 ich kann dir welche geben wenn du noch brauchst ne alles gut ich will aber nicht so den anderen krams nicht so essen dann ist aber ein paar schmutzige pilze zwischendurch wenn es nicht passiert dann muss ich die heiltränke nicht nutzen weil die pilze die halten einen gar nicht instant oder über zeit also instant ein bisschen und dann aber über zeit ist das gut haben wir schon mal darüber nachgedacht das ein gutes gutes ding ist was das spiel damit vermittelt wenn man pilze ist so dass halt über zeit schwierig schwierig ganz schwierig also musste auch lange mit meiner mutter drüber reden ob ich so weiterspielen darf überhaupt so probi ich weiß gar nicht wo ich lang gehe ich bin hinter dir ach so wow geil scheiße wir müssen es tun ja 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 klar da ist wieder so ein vogel was denn hier oh gott hilfe alter eine höhle unter dem gefrorenen wasser ich baue erstmal wieder ab ne ich nehme das eis mit oder hast du eis mitgenommen bisschen eis hatte ich auch schon mitgenommen so proben aber kann ja nicht schaden für zu hause wir machen so einen schönen kühlschrank geil achte klingel zwei stück ernsthaft nicht kohl nicht kohl mein freund so ok blum 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 ich finde ich schon süß oh oh aha aha bist du runter gegangen ja ich bin im weg gefolgt oh wir haben wieder schnee anzeige ne ja ja wo bist du was was hi tobi hä huch das war witzig was ich gemacht um miroslav ich wünschte man hätte einen pfeil und könnte den damit irgendwie bist du unten oder oben ach da unten bist du so du bist gerade mir vorbei oh gott jetzt kommen noch weitere Viecher und da kommt mal alle her ich hilfe ich hilfe warte ich sag aber der schere immer weg gehen wenn er die schere ich hab die nicht gesehen die wir hinter mir wegen landung so und jetzt die kommen alle da oben irgendwo raus da will ich auch rein jetzt das spawner doch einfach irgendwas ne ja ist doch super oh da drüben ist ein Miro wollen wir den mitnehmen ist er alleine warte warte ich nehm kurz hier Thea ok der ist gerade despawned warum auch immer ok ja weil es Tag ist wahrscheinlich so oh 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 tobi 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 huch wer ist er denn gris gott oh ja meine Rüstung gelangsam komplett kaputt naja machste nix so ich hoffe die Knochen gehen wirklich teer ich sammel die die ganze Zeit jeder weiß ja dass deutsche Autobahnen aus äh Menschen gemacht wurden deswegen sind die aber auch so gut mhm Kappa vorlieg Nordrhein Westfalen beste Autobahn ja 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 auch Hessen kann da auch ein Lied von singen ja müde schlaf komm her huch leek 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 das ist noch einer oh Gott es sind zwei oh entschuldigung das warst du ja nice hast du mitgenommen oder ich sammle einfach mal schnell einen ach da ist er wieder okay blum 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 ohne Fackeln finde ich das immer schwieriger so so bam 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 wie viele Augen hast du? zwei okay okay warte kurz ähhhh elf und wo? nice ich hab vier oh das sind 15 Augen das reicht fast für die Rüstung oder? wie viel waren das? zwölf waren das ja wir haben genug ah ja zuhause haben auch noch ein paar geil nice richtig geil ich bin doch auch schlimmer so lang nicht mehr gehört oh wow schreck mich halt du fucksau das ist mit dir so na egal ich habe das Gefühl die eigentlichen Höhlen sollten noch tiefer unter die Erde gehen ja ich weiß es nicht oder muss man selber buddeln ich hab keine Ahnung also bis jetzt ist das was wir hier erlebt haben hält sich doch ein bisschen in Grenzen das ist unsere Höhle spannender ne unterm Haus ja ich muss auch sagen ich fand auch ein bisschen sie in der Minecraft Höhle spannender irgendwie ich weiß auch nicht ja also die sehen schon gut aus aber irgendwie ja ja aber ich meine du setzt halt die Dinger hin und dann ja stehst du da halt rum ja ja so ist es ok ich glaube hier können wir auch wieder raus ne ja irgendwie ja ja ich versuche mal nicht allzu enttäuscht zu klingen ne ja da mach ich mit naja gut ich meine klar ist halt ne Höhle geht ne ok wir kommen von hier aus Richtung Westen da hinten vielleicht rum nö ähm mit denn hier gehts Richtung Westen oder wo ich grad bin ja 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 aber wie kommen wir denn da lang oder bist du über die Berge gekommen irgendwie ja ich flieg da hoch Erich ich kenn da nix ok bin wie ne Boeing wuuu siehste zack schon bin hier oben nein bin ich nicht oh oh ähm ok ganz großes Problem ich warte immer noch auf Turbinator died because of äh herr bitte ok wir müssen aber langsam wieder hier weg ne oh ja ist ja der Frosty Frosty Time hier ne mhm ja nicht gut oh Gott einfach Richtung Westen bist du auch wahrscheinlich ne ja ich bin grad ein bisschen Richtung Süden und jetzt wieder Richtung Westen hab grad aber nur versucht den Berg hoch pff ist aber ein großes Schneegebiet mhm 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 ja ich halte es für eine gute Idee wenn wir das Schneegebiet kurz durchqueren denn es scheint ja sehr klein zu sein da drüben ist ja schon das Ende nicht so, wa? freu mich schon um den Rückweg wär super oh da unten hast du dich wahrscheinlich kurz aufgehielt, ne? warte mal in diesem Gebiet da kann das sein ne ehrlich gesagt hätte ich das machen sollen aber bin leider zu doof so noch ne New Area ja ähm ach 30 Grad geil was? 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 du bist gut achso fahrenheit oh ich sehe mhm? hier riecht es nach Ötzi Range musst du einen stehen lassen oder was? äh äh hallo Schneehuhn hm hm bin optimistisch dass ich gleich hier wieder raus bin aus dem Schnee ich, na ja ne also nach wie vor Optimismus finde ich nach wie vor angebracht auf jeden Fall uah uah ah schön der König der Welt ok Richtung Westen dich sehe ich nicht aber ich muss hier leider raus da links könnte ich mich aufheilen aber ich will ja Richtung Westen ja ist trotzdem echt cool mit dem Schweben ne das ist echt nice das ist super nice finde ich so schön toll schon wieder ein neues Areal discovered freu ich mich das ist sehr gut wir müssen auf der Map gucken wo wir sind ich hab keine Ahnung also ich flieg hier mal Richtung Westen ne genau oh das sieht gut aus das sieht gut aus ja hier ist grün immerhin ein bisschen glaube die Schneeflocke geht auch zurück die Schneeflockenanzeige jawohl Tobi ich bin durch ich weiß Erik ich weiß ich bin so durch jetzt ist nur die Frage wo bist du ach ich warte hier auf dich discovered new area bist du bei Tiger? was bin ich? Tiger in dem in dem Abschnitt hier Biom also hier ist auf jeden Fall grün und wieder so schöne Bäume ich guck mal kurz Map ähm Forest bin ich gerade ach du bist weiter hinter mir ok warte mal dann muss ich diese Richtung hier kann das sein das sieht man den anderen Spiel auf der Karte ne ne wahrscheinlich nicht dann in diese Richtung muss ich bleib mal da wo du bist ich komm oh Gott wie kommen wir denn dann wieder zurück ähm ja gut wir haben ja eine Anzeige wo wir langen müssen ne wir müssen ja nur in die eine Richtung dann puh ja gut ich warte ein bisschen ich bin sofort bei dir hä muss ich wieder andere Richtung? muss ich mich verarschen hm was denn wo bist du? ich seh dich nicht so in diese Richtung diese Richtung muss ich doch oder nicht ja diese Richtung also ich bin immer nach Westen geflogen hm ja stimmt ich guck mal Richtung Osten vielleicht seh ich dich da irgendwo ich versuche mal auf den Berg zu steigen auf einen der kein Schnee hat weil ich bin jetzt im Waldgebiet müssten eigentlich müsstest du hier gleich irgendwo so da so weil sagt Karte immer noch in diese Richtung siehst du mich auf der Karte? auf der großen Map ja echt da seh ich dich auch nicht komischerweise ich hab rausgescrollt dann ging's äh wie scrolle ich noch raus? Maus hast du ach Turbinat hä aber du bist ah nee du bist ja du bist da hinten genau 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 ok dann warst du noch weiter noch weiter im Westen als ich ja ich bin durchs ganze Gebiet irgendwie gelaufen ja ach so hier musstest du jetzt aber gleich irgendwo da oben bist du doch hallo hallo Tobi Hilfe waah waah ich schütze an waah waah moin Tobi hallo geil ja ist alles wieder warm puh heilige Maria ja war doch ne kleine Odyssey von dir war cool ja nur zurück müssen wir noch irgendwie ne das können wir ja vielleicht in der nächsten Folge angehen ne Erik ist schon wieder, oh ja ist schon längst wieder so weit oh Gott ja ist schon längst wieder drüber Erik ah scheiße das mit der halben Stunde sollten wir wirklich hinkriegen irgendwie aber irgendwie ja schwierig irgendwas irgendwas ist ja immer ne huch ja ja diese Höhle Tobi da hab ich ein gutes Gefühl aber nicht in dieser Folge die soll wir uns in der nächsten Folge mal angucken das können wir gerne machen hab ich ein gutes Gefühl Tobi alles klein nächste Folge weiter auf der kleinen Reise aber bis jetzt ja mal gucken ne also bin noch nicht so überwältigt von der Reise muss ich zugeben ne ich hab mir das jetzt auch ein bisschen anders vorgestellt ehrlich gesagt man findet halt irgendwie viele Sachen ja zum einsammeln ja aber man erlebt irgendwie jetzt nicht so große Sachen und vieles ist sehr ähnlich ja 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 also ja aber lassen wir uns überraschen wir geben noch nicht auf und dann gucken wir in der nächsten Folge mal erstmal in die Höhle und dann äh gehen wir mal weiter Richtung Westen immer schön nach Westen geil alles da vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge Ciao mit V Tschüss Tschüss